Leute, heute gibt es einen Tipp für Lifeline und ihr Care Package, die ultimative Fähigkeit. Denn natürlich wird meistens das Care Package genutzt, um Schilder rauszuziehen, Heilstuff, Aufsätze und so weiter. Aber es gibt einen spitzen Tipp für euch. Ich denke, ich blende hier einfach mal ein Video aus Ranked ein, aus der letzten Season. Sollte eigentlich Bände sprechen. Letzte Zone, links und rechts ein paar Teams. Und ich nutze die ultimative Fähigkeit tatsächlich hier zum einen, wenn es nötig ist, um ein Schild aus dem Care Package zu ziehen, aber hauptsächlich, um ein Cover zu haben, um die Gegner noch ein bisschen auf die Ferne zu halten und vielleicht daran zu hindern, dass die uns pushen. Und wir haben den Gunfight tatsächlich zu zweit gegen die anderen auch noch gewonnen. Also nicht nur für Items fürs Team nutzen, sondern Spitze, um auch ein Cover zu erzeugen, wo ihr euch dahinter heilen könnt. Gerade wenn ihr Open Field seid, ist das extrem effektiv. Auf Maps wie Stormpoint oder Broken Moon, wo viel Freifläche ist und ihr kein Cover habt und ihr werdet vielleicht gerade irgendwo beschossen, die ultimative Fähigkeit droppen lassen. Und seit, ich glaube, war es Season 16, wo das Care Package deutlich schneller droppt, ist es so effektiv droppen, dahinter verstecken, Heildrohne rauszellen rein, voll geheilt, weiter geht's.